ja doch ich habe keine perks das ist schlimm nein wieso war ich auf bereit scheiße nein nicht immer strike und jetzt raus aus dem channel hier ich kann eigentlich recht gut gegen den region spielen ich bin im haus drin ich höre direkt halloween musik das ist nicht gut warte mal ist hier draußen eine kiste hier ist ein arzt koffer oben drin ich bin direkt im haken ist nicht gut scheiße da läuft er am blauen haus das hilft ja nicht viel an der hauptstraße war gerade ich laufe natürlich genau in die richtung wo er jetzt gelaufen ist ich komme jetzt in eure richtung aber er ist auch da irgendwie in die richtung gelaufen da hinten steht einer oh schön ich höre die musik ich glaube deswegen stand die da oder steht die da wo ganz außen am ausgang kommt aber jetzt zu mir rüber da hinten ist nichts also da wo wir sonst mal gestartet sind in der nähe was ich bin gerade so ruhig das tut mir wirklich leid ich bin ja gerade voll angespannt ich auch ich bin jetzt richtung hauptstraße unterwegs oder da hinten ist einer runter gefallen runter gefahren ja er hat einen von den beiden er hängt ja also sie oder er ja es ist doch nur sie ach hier ist der generator an deswegen wahrscheinlich aber ich sehe nichts man wo ist der ist der im haus drin ja er jagt den anderen gerade oh ja ich glaube das ist im haus ich versuche den generator fertig zu machen oder ist auf jeden fall nicht hier ah ich bin da ich bin da bei dem einen oh ich höre seine musik ich habe hier immer noch keinen generator gefunden scheiße habt ihr den einen doch hier direkt an der straße ist einer scheiße scheiße boah der der sack der hat was rein gemacht dass wir nur einen ganz kleinen bereich haben zum drücken zum drücken ah ne jetzt ist der bereich größer hä da hat ihn aufgehangen also der generator direkt an der straße ist die hälfte gemacht scheiße und gerade explodiert nicht mehr die hälfte das heißt wenn du da unterwegs bist der jagt dich ja 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 oh der ist bei mir der ist bei mir der jagt dich weißt du danke ach ja kann man sich super drauf verlassen ehrlich nein der holt mich das war so klar der sack ehrlich komm schon pass auf der kommt zu dir ne bist du das oh jetzt kann ich nicht wiegeln der arsch he fuck scheiße hier ist ein generator im haus ich kann hier nur nicht hin kommen ah irgendein verletzter wird gerade äh das bist du okay ich sehe ihn vom fenster ich bin in dem haus neben dir äh ganz oben lege ich jetzt boah die anderen sind alle ne ne einer lebt noch ja bei dem einen hat er einen fluch drauf aber ich verblute hier oben ich komme im keller fuck ja ja ich verblute hier oben scheiße ich bin im keller ich mach mal den boden schön sauber äh schön sauber genau hau einfach ab da also ja ich bin oben im haus wie soll ich da jetzt wegkriechen ja rauskriechen kann ich nicht ja jetzt hat er mich ne jetzt rennt er runter ne jetzt du bist ein trottel oder hast du mich gesehen und bist weggelaufen ich drehe mich ja grad wie ein propeller mitten im haus ey da kommt keiner drauf dass ich hier im haus liege scheiße kannst du den unten an dir du bist noch nicht tot ne ne ich muss gleich anfangen zu kämpfen mal gucken ich sehe jemanden da draußen rumlaufen aber da hinten sieht es auch jemand vielleicht zu dir unterwegs ah das wäre jetzt Zufall wenn ich mich ah jetzt habe ich schon die Krähe über mir obwohl ich mich die ganze Zeit am drehen bin ja ja ich bin am kämpfen ja ich krieg mal runter das bringt ja eh nix hallo jetzt wartet er der packt mich jetzt wenn ich unten bin ne der lässt der lässt mich als Opfer lahmen so nach dem Motto ist ja eh ne Krähe drüber ah geh bloß weg du darfst mich nicht retten ich setze mich hier direkt schon mal in Position ich setze mich hier direkt schon mal in Position ah jetzt hat das so schade ey ich liege hier bin kurz vorm Verrecken und keiner rettet mich ja ich bin jetzt tot oh da unten ist eine Werkzeugkiste unter dem Tisch hä? die ist am leuchten ach die ist da oben den Generator machen in See und Ruhe ach ne dann bin ich ja in die falsche Richtung am kriechen die andere ist grad aufgegangen worden ja geil die kann jetzt raus wenn ich tot bin ja du kriegst da oben ja vielleicht holen sie dich aber noch die soll erstmal die am Haken befreien ne die kommt glaube ich zu dir vielleicht oder? ne ja aber es wäre ja logischer wenn er jetzt nicht da ist das weiß ich jetzt nicht dass sie dann zum Haken geht weil die ist gleich kaputt hä? was ist jetzt los? wieso bin ich tot? hallo? verblutet ja geil ich denk du kannst endlos lange noch rumkriechen ne hast du dich denn geheilt? schon wieder als erster ja ich konnte mich doch nicht heilen ich bin bis 95% oder was da muss mich jemand anders heilen ja weißt du ich mach hier die Generatoren hier fleißig und dann kommst du und holst wieder als erster und behängst mich in diesen scheiß Keller ich wollte grad sagen eben war ich als erster tot ja keiner kommt ey ja die eine war grad auf dem Weg da hab ich sie abgefangen und die andere wollte dann auch zu dir dann hab ich sie einmal gehauen ja und die wollte grade ähm wurde zu Silke und dann ist Silke so verblutet am Boden ja ja ich wollte eigentlich Silke da hinbringen dann hab ich dich da gesehen und dann musste ich sie fallen lassen und dann ist sie dann wieder aufgesammelt wer sie durch Wiggeln entkommen ja ich war am Wiggeln wie ne blöde aber ich hab gedacht ne du bist schneller an dem Haken als dass ich da wieder raus bin ja ja ne du wärst 100% höher gewesen weil wenn man einmal wieder aufflimmt nach dem Dings nach dem Fallenlassen dann äh ist der Wiggel Dings viel höher ja jetzt kann sie nicht von mir nicht sagen aber was macht die die sucht wahrscheinlich die Klappe sag nichts aber was war das für eins ich weiß auch dass die Klappe 3 das war nicht das ne nein das war ein anderes nein außerdem ist das ja hier nicht relevant mehr das ist ein normales gewesen was schimmert ey ich hab so lange eben gebraucht um die scheiß Generatoren zu finden ne ne das ging eigentlich gut ich hab gleich zwei gemacht aber ne ich hab wieder so ne blöde Ecke erwischt wo wieder keiner drin war und dann war meine Kiste kaputt die geht unheimlich schnell kaputt ne ich würde auch schleiß die hier ich hab eben gedacht ich schmeiß jetzt meine Werkzeugkiste raus um dann den blöden Erste-Hilfe-Koffer aus der Kiste zu holen aber das hat die zum Glück nicht automatisch gemacht wer wird gewinnen ja vor allen Dingen wo ist die Falltür würde mich jetzt auch mal interessieren wahrscheinlich nie ich weiß wo sie sonst immer spawnt aber ich hab's auch nicht gefunden ob das jetzt so gut ist hier hm ah das heißt sie rennt auf der Straße rum ah hab's gefunden ne das heißt nicht dass es auf der Straße rum läuft aber das heißt ähm ich glaub da lag deine Werkzeugkiste gerade Schatz ja danke ich war aber auf der anderen Seite aber irgendwie lag da eine Werkzeugkiste rum meine kann's nicht sein hm vor allen Dingen hatte ich eben ich drehe mich die ganze Zeit wie so ein blöd im Kreis wo ich auf dem Boden gelegen hab und ich hab da die Kräger über mir gehabt und dann kamst du rein und ich so ne und dann kamst du rein und ich so ne Nils holt mich jetzt so total deprimiert ich würd aber schon gerne wissen wo da die Falltür ist ne ich weiß wo sie ist hast du schon gesehen oder ja ja ich stand eben auf der und dann hab ich sie gesucht weiter aber hm ja gut ich glaub sie hat die noch nicht entdeckt oder weiß gar nicht wo die ist im Moment ne ne glaub ich auch also sie ist so recht am Rand die Dienste zumindest sieht man sie einfach ja 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 nein nein hat die es jetzt geschafft? ja hat sie noch ey die hingen nach unten auf einmal kamen die wieder nach oben machten Sprung ich denk scheiße jetzt ist sie wieder draußen oh wieso kann ich wieder nicht schreiben jetzt geh nicht raus ich will schreiben warte 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 Untertitelung des ZDF, 2020